Was für ein herrlicher Sommertag. Lino hat Ferien und ist draußen mit seinen Freunden verabredet. Noch nicht mal angekommen, fängt er an, in der Sonne so richtig zu schwitzen. Aber wieso eigentlich? Wenn dem Körper zu warm wird, weil es zum Beispiel sehr heiß ist oder man Sport macht, muss er gekühlt werden. Dafür produziert der Körper Schweiß auf der Haut. Der besteht fast nur aus Wasser. Dieses Wasser verdunstet dann auf der Haut. Das funktioniert so. Das Wasser wird zu vielen super kleinen Wasserteilchen, die in die Luft aufsteigen. Zum Verdunsten brauchen die Wasserteilchen viel Energie. Die nehmen sie sich von der Körperwärme. Das heißt, dadurch, dass Schweiß auf der Haut verdunstet, wird der Körper automatisch gekühlt. Schwitzen ist sozusagen die Klimaanlage für den Körper und sorgt dafür, dass er immer die richtige Temperatur hat. Puh, auch Lino ist ganz schön verschwitzt. Zum Glück hat er eine große Flasche Wasser dabei. Weil Linus Körper beim Schwitzen viel Wasser verliert, ist nämlich eins besonders wichtig. Viel trinken. Salz und Flasche Wasser